Ride von Lenny Kravitz. Der Anschlag ist folgendermaßen. Die Akkorde sind D Major, ein Finger hier, über die oberen drei Seiten am zweiten Bund. Dann der A Major 7. Erster Finger liegt auf der dritten Seite im ersten Bund, zweiter Finger auf der vierten Seite im zweiten Bund und der dritte Finger auf der zweiten Seite im zweiten Bund. Und dann kommt noch im Vers ein C-Dur-Akkord dazu, ein G-Dur-Akkord, ein A-Moll 7 und ein Baré-Akkord, der H oder B7, Sus 4 auf B7. Und das Ganze klingt dann wie folgt. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Für den Refreur brauchen wir folgende Akkorde, wieder den A-Maj7, den C-Dur, jetzt eine einfache Version des B-Moll-Sieben, dann E-Sieben, Sus-Vier und E-Sieben. Und ja, das kommt praktisch zweimal, dann kommt wieder Vers und Refrain. Und dann haben wir noch ein Instrumentalteil, dann haben wir den D-Maj7, A-Maj7, D-Maj7, A-Maj7, C, E, A-Moll-Sieben, wieder unser Freund, B-Sieben, Sus-Vier und B-Sieben. Und dann gibt es noch ein Fade-Out, A-Maj7, A-Moll-Sieben, B-Moll-Sieben, E-Sus-Vier und E-Sieben. Rhythmisch das Ganze, Refrain. One, two, three, four. Instrumental, one, two, three, four. Instrumental, one, two, three, four. Fade-Out, one, two, three, four. eping gate. Fade-Out, one, two, three, four. Wind, one, three, four. Albert Swubstuck, bomberポート.